Was hat Kepler uns gelehrt, Luis? Wir denken nicht an uns selbst. Wir lassen uns nicht von Emotionen leiten. Wir tun alles für die Gemeinschaft. Für die Gemeinschaft. Man nennt sie Mutter Erde. Wir haben den Planeten geplündert. Alle Reproduktionsersuche waren erfolglos, bei Männern und Frauen. Kepler will einen Beweis, dass wir uns hier fortpflanzen können. Überlebende. Doch ein Kind. Ohne Kommunikation ist das alles umsonst. Meiler! Warum folgst du mir? Ich will dir helfen. Wir haben so lange gewartet. Ich bin so froh, dass du jetzt hier bist. Wir müssen alle zurück auf die Erde holen. Werden sie kommen? Die Menschheit existiert auch ohne uns. Bist du noch auf unserer Seite blick? Wir müssen auch auf der Against. Und für die Gemeinschaft. Vor und mehr. Für die Gemeinschaft. Für die Gemeinschaft. Für die Gemeinschaft. Vor und mehr. Niemand hätte zurückkehren sollen. Untertitelung des ZDF, 2020